Mannschaftssportler sind auch nur Egoisten. Eine wichtige Nachricht für Personalchefs. Mannschaftssportler sind nicht immer gleich teamfähiger als andere Bewerber. Das ist das Ergebnis einer Studie der Hochschule Osnabrück. Diese zeigt, dass Menschen, die im Team Sport betreiben, nicht automatisch sozialer und teamfähiger sind als Sportmuffel und Einzelsportler. In einer Umfrage mit 360 Teilnehmern stellte sich heraus, dass Mannschafts- und Einzelsportler keinen Unterschied in Sachen Teamfähigkeit zeigen. Das ist vor allem in der Arbeitswelt wichtig. Mannschaftssportler werden in der Bewerbung oft bevorzugt. Ihr Lieblingssport lässt sie teamfähiger wirken, als sie tatsächlich sind.